Die ganze Map bringt sich um, wa? Das ist echt so süß, ja. Ey! Und ich sterbe jedes Mal nicht, wenn ich runterfalle. Das ist so lächerlich, dass man hier mit so einem heilen Herz so mal unten steht. Das ist einfach so nervig. So, jetzt mach ich das. Was soll das dann noch machen? Verpiss dich, Mann! Okay, lass mich zuerst. Lächerlich. Ich hab auch. Alle runtergefallen. Wie schlecht. Und hier kann man nicht mal durchschwingen. Das ist sowieso das Ernste, ey. Junge. Jetzt kann ich mich gar nicht richtig konzentrieren, ey. Boah, wir haben, ey. Die Map. Das war wirklich nicht schön. Oh, deine Mutter ist so eine fette... Chunky-ho, ey. Chunky? Ja. Ich bin Junkie, Junge. Kit-Kat-Junkie. Kit-Kat-Junkie. Ich leh die Chunks nicht richtig! Ohhh, was ein Witz, ey. Nee, Homo-Sohn. Kann man ja gar nicht durchspringen. Ah, Alessandro Noob! Blöde Fatze! Wayne, hast du das schon gemacht? Ja. Nee. Natürlich nicht, Alter. Ja! Nein! Letzter Vierer! Bist du auch beim allerletzten runtergefallen, Alessandroff? Ja. Hast du dich so richtig sicher gefühlt? Ja. Diese Challenge war schon wieder richtig crispy. Also, der Challenge würde ich jetzt schon... Äh... Acht geben. Definitiv, ey. Ich bin die voll schwer, Mann. Also, diese... Richtig vielen Vierer hintereinander, die sind... Verdammt schwer. Verpiss dich! Guck mal, nicht mal diese anderen Challenges... Hatten so viele Vierer hintereinander, Mann. Rauch, Alter, als du gemacht hast. Das ist so crispy, ne? Ja, crispy. Einmal ein crispy chicken, Junge. Mhm. Ich hätte schon Bock drauf. Pfff. 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 So, was kam jetzt hier? Ach Gott, ja, nein. Ja, ist doch mal gut. Und dann kannst du gleich mal wieder runtergehen, ne? Ja, ihr habt beide schon einen Strike, ihr Schlampen. Weil sie beide aufgegeben hat. Was haben wir? Die vorherige Challenge habt ihr beide aufgegeben. Hä, wo hab ich die denn aufgegeben? Hättest du doch gemacht, Junge, bist du dumm. Ich hab sie aufgegeben. Die rote. Ja, hab ich doch gemacht. Hast du echt gemacht? Ja, Alter, dann sieht mal, wie viel du aufpasst, Junge. Dann baust du halt einen Penis bei Minecraft. Freust du dich daran. Dafür hab ich noch keinen Strike. Ey, Junge, ich geb doch keinen Challenge auf, man. Wenn ich auf einer Map von die von Liam gebaut bin, Alter. Das ist die größte Pine ever, man. Wirklich, da würd ich mich wirklich freuen, lieber aufbringen. Das mein ich jetzt ernst. Oh, shit. Was soll denn das sein, äh? Kannst du das noch sagen? Oh, nee, das, Junge, das Bett hat nicht funktioniert, man. Liam. Ja, keiner weiß, wie du sagst mir das, Junge. Was soll ich denn da jetzt machen? Ja, ich würd's ja gesagt, ähm... Ey. Ich hab ein bisschen zu blöd dafür. Boah, Junge, wieso mach ich denn mir diesen Hüllensprung dahin, Alter? Wieso denn, Mann? Ich weiß ja, dass ich den Sprung nie schaffe, ey. Wo muss ich denn jetzt hin? In da unten? Kann man aber da einspringen, oder? Warte mal, wo war's denn jetzt das Bett hingemacht? Da. Ist ja genau dasselbe, Junge. Ist das hier Soulcent? Ich hab mir den Haufen, Mann. Ist echt kein Skill, oder was? Nein. Ich hab mir den Haufen, Mann. Du, ja, das andere. Fuck, ist das hier für ein Assis-Scheiß? Oh, ey, dann läpp' es auf einmal. Junge, ich bin schon wieder hinten. Ja, Junge, ich weiß auch nicht, wieso das nicht funktioniert, Alter. ist einfach ein scheiß Arschloch es fliegt ja nochmal hin, Alter ja, dürfen wir jetzt hier im Game-Mode zocken oder nicht so? ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht was wir machen soll ich das Glas hier weghauen oder so? das liegt wahrscheinlich daran, ne? mach das mal, ja kein Wokig zocken beim Game-Mode ne ok, dann darf ich auch es ist alles egal, wir können doch eh nicht weiterspringen man merkt schon, ob man ein Gefühl um ist oder nicht, ey das ist kein Ding, ey muss halt mal einfach mal ehrlich sein, ne? ja, seltsam, Alessandro ja, was? er wohl seid ihr denn da runtergefallen ich bin bei dem 3 und 1 erhöht oder da runtergefallen ich krieg einfach wieder meinen Nemesis-Sprung nicht, ey, ne? ich frag mich nicht, wie soll ich den da hingemacht haben so zack, zack, zack zack, zack zack, zack zack zack, zack zack zack, zack zack, zack krisch oder da nein ich glaub, ich mach dir doch lieber einzeln kann ich Python noch hatte sich da auch untergefallen, ey scheiß nett so eine schlechte Wie ak